Herzlich Willkommen bei der Firma Meister Abrasives und Alfons Schmeyer Schleifwerkzeuge. Wir freuen uns extrem, dass Sie heute bei uns sind und wir Ihnen heute nach so langer Zeit unsere Innovationen und Schleiftechnologie zeigen können. Wir stehen für revolutionierende Schleiftechnologie, wir gehen immer einen Schritt weiter und freuen uns extrem, Ihnen heute und in den nächsten Tagen diese näher zu bringen. Ich nehme Sie heute mit auf eine kleine Reise in die Bereiche, die wir in den letzten Jahren weiterentwickelt haben, mit meinem Kollegen Peter Klistenek und dem Kollegen Elias Navarro. Ich freue mich auf die Zeit mit Ihnen und viele, viele gute und interessante Gespräche. Ein herzliches Grüezi auch von meiner Seite. Wir sind Entwickler, wir versuchen den Kunden zu verstehen und seine Problemstellung in unser Produkt zu übersetzen. Das heisst, wir analysieren, entwickeln danach die Spezifikation und das Design der Schleifscheibe und setzen die dann gezielt beim Kunden ein, mit Hilfe, wenn nötig mit Anwendungstechnikern. Unsere Produkte, das sind Hochleistungsschleifmittel mit Körner, CBN, Diamant und konventionell in keramischer Bindung. Eingesetzt werden diese Scheiben, welche in Dimensionen ab einem Millimeter bis einem Meter produziert werden in den Industrien Automotive, Weltslager, Medical und auch im Semicom-Bereich. Fokusthemen von uns sind Bremsscheiben, das sind beschichtete Bremsscheiben, hoch abrasiv und dafür entwickeln wir die Werkzeuge. Ein weiteres Fokusthema, das sind Superfinishing, hohe Werkzeuge, die wir ebenfalls anbieten können. Also wir bieten das Gesamtkonzept an, zusätzlich dazu auch noch das Abrichtend. Unsere Produkte, die sind sehr speziell konstruiert. Es sind aber schwierig vom bloßen Auge zu erkennen, was für eine Technologie dahinter ist. Speziell bauen wir sehr offene Strukturen auf und das kann man eigentlich nur noch mit einem Mikroskop zeigen und darum haben wir zum ersten Mal in einer Messe so ein Mikroskop dabei. Ich kann es kurz zeigen, das ist jetzt eine keramisch gebundene Diamantscheibe, die wird typischerweise zum Beispiel für Bremsscheiben benutzt. Und jetzt sehen wir hier, dass wir dann am Kunde wirklich zeigen können, wie offen diese Struktur ist. Man sieht hier Poren, die Körner und unsere Bindung. Und dieses Mikroskop brauchen wir auch intern, um zu sehen, ob unsere Qualität auch dementsprechend gleich ist, von Charge zu Charge. Also wir vergleichen diese Strukturen, aber es ist sehr wertvoll auch für den Kunden. Der versteht an uns besser. Man sieht hier auch die Formen der Diamanten, die wir hier genommen haben. Ich habe noch ein anderes Produkt, das ist eine Hybridbindung. Etwas ganz Spezielles, das wir seit fast 20 Jahren in den Markt gebracht haben. Das ist auch immer weiterentwickelt worden. Und das ist die neueste Entwicklung, auch für in diesem Fall Hartstoffe, wie Beschichtungen. Bremsscheiben werden ja demnächst nur noch beschichtet in Fahrzeuge montiert. Und wir möchten da auch von Anfang an dabei sein. Und das ist so ein Produkt. Auch hier vom bloßen Auge kann man nicht viel erkennen. Wenn man es jetzt aber vergrößert, dann kann man es den Kunden erklären. Man sieht hier Körner. Und das sind eigentlich die Poren. Also eine Hybridbindung, metall-keramisch gebunden. Und trotzdem so offen gibt es nicht auf dem Markt so. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben. Und bis bald. Ja. 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 Vielen Dank.